Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Prop Hunt gemeinsam mit dem hüpfenden Chaos-Chaoten. Hopps, hopps. Dem Fido. Hallo. Dem Army. Hi. Dem Trash. Hallo. Der Jazz. Hallo. Der Jane. Hallo. Und mir, der Janka. Hallo Janka. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Doch, alle. Du hast alle vergessen. Ich habe alle vergessen, ja. Alle. Alle nur uns nicht. Wie denn? Wir spielen hier Kakariko, wer es vielleicht schon aus Trouble in Terroristown kennt. Uts, uts, uts. Oh yeah, party allah. Irgendwer macht Parten. Welche Props feiern hier die Party? Alle. Wieblichkeit. Wer schreit denn ab? Wer schreit? Zu laut. Entschuldigung. Game Jane warm einmal. Was? Hey, over here you don't have a soul. Die Aufnahme ist schon mal gestartet, aber macht ja nix. Ja, das ist schwer gestartet. Dann war ich mir dann bei den anderen auf dem Kanal. Ich habe doch extra ein bisschen gewartet am Anzug. Ja, 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 aber ich war gerade, äh, ich war auf der Suche nach einem Prop, in das ich mich verwandeln konnte. Achso, das ist der Stahl fehlt, aber ich bin mir nicht sicher, das ist auch egal. Nein, dann musst du beim Herzlich Willkommen eben einschalten. Ich bin ein schöner Prop. Du bist ein Prop? Ein schöner Prop. Nein, keine Musik, keine Musik, Rob. Wo ist er denn? Wo redet doch hier was? So war gerade Musik. Rob, pieg einmal. Nein. Aber teilweise sind die Sounds auch unterschiedlich laut, oder? Die, die ich selbst mache, die höre ich teilweise. Die sind aus der Style. Erula, je näher du dran bist, desto lauter sind die halt. Hier oben, wenn die, die ich selbst mache, unterschiedlich laut sind, ich kann an mir nicht mehr dran oder weiter weg sein. Ja, ja. Ah, ich verstehe. Hier oben, hinter dem Baum ist ein Kristall. Ich bin doch gar nicht. Ich verstehe gar nicht. So, das ist LeRoy Jenkins, der schreibt LeRoy Jenkins. Achso, das hat er jetzt verstanden. Wer entt ihr das nicht. Jetzt träg' ich doch mal hier ein bisschen. Ja, ich hab jetzt nicht verstanden akustisch. Ich hab null HP, wie kann ich überhaupt leben? Das trag ich nicht auf. Ich hab null HP, wie kann ich überhaupt leben? Wo bist du denn? Ich kann das ändern. Hey, ich hab dich voll getroffen. Ich bin doch gar nicht. Sagen Sie mal. Chaos, geh weg, geh weg. Ich halte es bis zum Ende aus. Nee. Doch. Nein! Nicht, wenn Trezor gleich kommt. Verschwinde Chaos. Wer lebt noch? Nur Army hier. Und der ist hier oben hinter dem Baum. Ich freu den Chaos hat ein bisschen. Wo denn hinter dem Baum? In irgendeiner Ecke. Du bist ja total rezil. Ja, ich kann ja nicht gucken. Schaut einfach jeden Baum ab. Irgendwann findet ihr mich. Nein, das ist eine Ecke. Da, wo das Wasser in der Nähe ist. Oh nein, da gibt's Verstärkungen. Da bin ich ja voll falsch. Da, 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 da. Nein! Ah! Hä? Ehrlich? Yes. So, dass ich erstmal da runter kann. Das hier ist alles nicht. Achso, Fido ist noch da. Der Fido lebt noch. Der Fido ist noch da. Der Fido war ganz gemein. Ich hab nämlich die ganze Zeit Töne gemacht und dann kam jemand um die Ecke und hat Jazz gekillt. die Stadt direkt neben mir. Ja. Und diesmal war ich nicht ich das. Das ist ja arschig. Nein, aber ich saß zuerst dort und hab gesehen, als Jazz ankam. Und dann dachte ich mir, jetzt mach ich so lange Töne, bis jemand kommt. Entweder hab ich die Arschkarte oder so. Du hast dich erreicht. Weißt du noch für die eine Kanal-Map damals? Bestimmt. Das warst du, oder? Dass dann dir vorbeigelaufen ist und dich dann abgeknallt hat. Ja, ja, ja. Ich erinnere mich. Da war was. Ich doch nichts für. Außerdem hat er danach ja mich schon 200 Mal verraten auf der Karte. Ach Quatsch. Ja. Das ist doch ein Thema. Eine Lüge. Eine Lüge. Prop. So. Noch 5 Sekunden, oder? Dann renne ich jetzt mal ein bisschen. Habt ihr noch eine Chance mich zu killen? Wollen wir irgendwie in die Regel einführen? So 30 Sekunden vorher oder so? Ne, ich bin eine Minute vorher schon gelaufen. Boah 30 Sekunden vorher. Ach so. Also ich hab meinen Standort eine Minute vorher noch mal verändert. und bin auch relativ lange unterwegs gewesen und bin dann halt noch mal so für 15 Sekunden oder so in der Ecke stehen geblieben kurz. Ah ok. Wir müssen aber besser werden. Auch nirgendwann, der die ablenkt. Die Hand auch. Ein wunderschöner Nebel in blauer Farbe deckt meinen Bildschirm ein. Ah, es sind ja noch 3 Sekunden, ok. Ja, 2, 1. Geh los. So, ich bleib jetzt hier. Hier findet mich niemand. Ich bin bestimmt ganz gut versteckt. Gleich vom Chaos. Was? Ah nee, das werde ich jetzt mal auch prob. Ich bin prob. Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Verdammt. Da help! Oh man, 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 oh man. Oh man, oh man, oh man oh man, oh man oh man oh man. Und der? So wie die Yanka schreibt, war das mit dem, das findet niemand nichts. Ja, sag ich als ich stirbt, als erster. Ah, das ist ja schön. Ja, ich bin blöderweise über den Teleporter aufs Dach und dachte, dann bin ich sicher, ja, du kannst aufs Dach da hinten bei dem weißen Punkt. Und das Problem war, weil ich bin dann auf dem Teleporter anscheinend nochmal draufgekommen und bin dann wieder zurückgeteleportiert. Das war ziemlich blöd. Please come again. Was ich übrigens echt schade finde hier ist, dass man nicht auf so Baumstümpfe oder so sich draufstellen kann. Das ist ja total lustig, wenn man so einen Topf wäre und sich einfach auf so einen Baumstümpfe oben drauflegen würde. Tschüss, wer da hinten auch läuft. Du kannst nicht so hoch springen. Achso. Und das ist wirklich auch insofern blöde, als dass es doch oben diesen einen Raum gibt, wo du diese Auswahl hast zwischen Spiegel und Herzcontainer und so weiter. Und ich hatte vorhin überlegt, den Herzcontainer zu nehmen und dann den einen wegzutreten und mich selbst oben draufzusetzen, da wo der immer steht. Und du kommst halt selbst auf diesen kleinen Vorsprung nicht drauf. Okay, boah, das ist so laut. Da ist gerade einer von mir weggelaufen und hat alle diese kleinen Pässer umgeworfen. Ja, das ist trash. Ich habe das Gefühl, dass es um mich geht. Gas. Gas. Dann lauf doch einfach mal zurück. Was bin ich? Ja, ich bin hier ja wieder. Oder es ging nicht um mich. Dann nicht. Puh. Also ich weiß nicht, was Chaos ist. Ehrlich gesagt, spring mal. Ah, das kann man auch sein? Ja. Ich glaube, ich habe jetzt einmal alle Münzen da irgendwie umgelegt in diesem einen Feld. Das ist ja gemein. Das wusste ich nicht. Hm? Was kann man denn sein, was du nicht wusstest, Janka? Du wusstest das wahrscheinlich schon. Nein, das sage ich erst nach der Runde. Nee, ich sage das nicht. Ach so, du bist ja auf der anderen Seite, Gap. Ja. Verdammt. Ich höre es nicht. Ich höre es nicht. Nein. Ja. Ach, das wusste man auch nicht, dass man da die Hecke kennt. Was denn? Genau, die Hecke. Ja. Man kann Heckenstücke sein, die außen stehen. Bombe, Bombe. Leute, wir machen gleich eine Hecke. Wer denn? Wer denn? Nächst weg kann die Bombe. Eine kalte Bombe. Es ist keine Bombe. Doch, irgendjemand war eine Bombe. Okay, jetzt ist es eine Bombe. Er ist ein Plopf, Topf, Plummtopf. Ja eben. Es sind aber die dunklen Hecken, die man sein kann. Dunkle Hecken? Hm? Du musst mal gucken, wenn du die Hecken anguckst, wirst du feststellen, es gibt so ein paar, die sind einfach so dunkelgrau. Oh. Dunkle Grau. Okay, verstecke ich nicht mehr. Das war ja echt gemein. Das wusste ich nicht. Irgendwann ist bestimmt jetzt in der Hecke, wetten. Bestimmt, bestimmt drei Stück. Schieß einfach alle Hecken ab. Ich weiß aber immer noch nicht, welche Hecken ihr das meint. Ja, die sind einfach die normalen Hecken. Es gibt doch diese ganz normalen grünen Hecken. Also diese grünen Hecken. Ach, diese Hecken. Also die grünen Hecken. Ach, diese Hecken. Ja, genau die. Die grünen. Ach verdammt, jetzt wisst ihr das jetzt. Und diese Hecken gibt es doch in hellgrün mit grau unten und die gibt es in dunkelgrün mit dunkelgrün unten. Und die dunkelgrün, die kannst du kopieren. Ja, und die Hecken, die Hecken. Die Hecken hecken halt. Auf jeden Fall. Die Hecken hecken, ja. Die Hecken was aus. Warum hüpfen die auf den Dächern rum? Wer hüpft auf den Dächern? Die hüpfen zwei Leute, weil jetzt nur noch einer auf den Dächern rum von irgendwelchen Gebäuden. Weil wir es können. Nein. Will ich erstmal nach den Hecken gucken? Ich habe Angst. Komm, wir gucken mal nach den Hecken. Gibt es hier irgendwas? Erstmal die Hecken checken. Oder die Schneckenhecken. Schauen wir auf die Hecken ein. Die Schneckenhecken. Jetzt hecken die die Hecken. Oh Leute. Schlecht. Oder die Heckenlecken. Was? Die Heckenhecken, die... Was? Du bist die Heckenlecken. So leckende Heckenhecken. Das tut weh. Aber wenn man lecker Hecken hat... Ach, mein Hecker hat Heckenhecken. Hast du schon mal Hecken gegessen? Dauer. Oh man. Das ist so schlecht. Die Heckenhecken? Irgendwas aus. Warum muss ich jetzt eigentlich an die geilen Schnecken denken? Auf deinen Flöteblasen. Was? Kennt ihr das nicht von Ey, Mann, wo ist mein Auto? Wir sind die geilen Schnecken. Ach so, ja stimmt. Ja. Schnecken die Hecken? Nein. Schnecken die auf deiner Flöteblasen. Verdammt. Bäm. Ich mach sie alle nass. Ich rasier sie. Schon wieder rasieren? Was? Du rasierst die Hecken oder was? Nassrasur. Was sagt ihr denn alle? Ich such euch jetzt Zeit. Ich nehme euch nicht mehr. Hat das jemand? Mach doch mal Töne. Nein, da ist keiner. Da ist keiner. Ja. Ja. Ami. Oh. Beide gleichzeitig. Was liegt denn da her? Spaß. Ich hab extra noch die Münze am Anfang weggeschleudert. Das hab ich mir auch erst überlegt, aber ich dachte mir das ist zu auffällig. Ich bin eine Hecke. Hext du was aus? Ich wär gern so ne Pflanze. Hilfe. Ja, Pflanze hab ich auch schon probiert. Geht leider nicht. So ne kleine Pflanze. Wo ist eigentlich Armee hin? Ah, da ist er wieder. Hallo. Wer ist da vor mir? Keine Ahnung. Vielleicht bin ich ja dahinter. Komm mitz. Komm mitz. Komm mitz. Komm mitz. Wir schauen irgendwie auch falsch irgendwie. Komm mitz. Komm mitz. Komm mitz. Wenn die immer da oben drauf. Der ist normal. Der rennt einer weg. Hier. Ich lenk sie ab. Oh. Alles gut abgelenkt. Ich bin hierhin. Du bist, du bist doof Army. Was? Du bist doof. Der ist doof. Der ist doof. Ich darf das sagen. Ja, ist so. Der holt ne Bombe hinten. Nein. Schnell. Jetzt qualmt die Bombe. Alter, wie lange lebt so ne Hecke? So ne Hecke? Die musst du nur ne Heckenschneider annehmen. Sonst geht die gar nicht kaputt. Ey, wir können uns hier ja 10 Jahre lang durchbeschieben. Kann man jemand hier ums Hecke helfen? Ja. Wo ist die Hecke? Ich habe dich geschützt, Yanka. Es war aber ne hartnäckige Hecke. Ja. Ne sehr hartnäckige Hecke. Oh, Yanka. Gib mal das Dönchen. Gib lauf. Oh. Oh. Er hat gesagt, wir wollen Hecke sein. Diese hartnäckige Hecke. Oh man Leute. Da hackt schon wieder was auf. Es ist halt dunkel. Deswegen kommt man sofort. Ganz schön lieblich hier. Und der Stand ist voll. Die Hecken, die essen noch gerne hart warten. Nicht ganz neben der Hecke. Heckbraten. Ich kann nicht mehr. Was? Ich wollte das unauffällig verstehen. Ich habe noch kein Verstehen. Drei. Zwei. Eins. Go. Los, wir finden euch. Oh, schade. Letztlich Totenstille. Der Kampf hat begonnen. Oh man. Ich war dir bestimmt wieder als erstes. Drei wetterthaft. Die Hecke sitzt bei jedem Wetter. Ehrlich. Ehrlich. Ihr habt mich jetzt nicht gesehen. Ehrlich. Der ist ihr. Wollt sie nicht. Ich kann den Namen nicht sehen. Jaja. Billige Ausrede. Du, der du da du bist. Tatschan. Der tippt ja gerade Tatschan. Was war das denn für ein Horror-Tot? Gönn. Ich habe mich voll erschreckt. Die Benschen, wenn du um die Ecke kommst, nicht zahle und die Benschen, dann springt dir ins Gesicht. Ist das wirklich? Da, 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 da. Schade. Ja, genau da. Na gut, dann ist er. Na gut, dann ist er. ROLL FOR YOUR LIFE! So, ich könnte dir auch mal Tönchen geben. Kein Tönchen. Doch, aber... Total in meiner Nähe. Jedes Föhnchen? Nein. Wo kommst du noch einmal her? Äh, ja? Was willst du? Tschöš. Hä? Was bist du? Was warst du? Im Herzen. Ah. I, du hastn' Herzen? Schwarze, rose. I, Herzen?! Naja, wer hat schon Herzen? Naja, hey. Aber ehrlich. ведь ist man jetzt auch in der Hecke, oder? Hecke. Wer weißt du denn? Ich bin die Hecke an der Ecke. es versteckt sich in der hecke das sofort findet musik kommt weiß ich gar nicht wohin soll als ich die musik hatte lief die janta vorbei ganz einfach 7.1 setz leider war das gordon freeman ding auch zu lang 7.1 setz 7.1 setz hat alter ich habe einen knopf im linken ohr und knopf im rechten uhr das war's schlecht schlecht na seid ihr schon alle versteckt nein ich lauf noch als hecke rum als hecke nein ich meine nicht natürlich als hecke ich habe verrat also ich kann mich auf diese kleinen podeste draufstellen ich nicht wie funktioniert das ich wollte gerade schreien ich sehe einen aber es war ein hunter es war ein feind schieße ihn ab ok das ist irgendwas komisch ein hunter da oben auf der mauer auf der lauer sitzt nicht mehr irgendwie schaffe ich das der es prob nicht ich bin aber hier aha 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 da hinten läuft ein krug wo hinten da wo gamejay ist hä ich fühl keinen krug ja hier ist der lang ist das eigentlich hier ist der lang oh nein hier bin nur noch ich da du schaffst das yanka rette unsere ehre die ehre der hacken nein 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 du bist nicht auf nein kalt kalt ganz kalt ganz kalt bleib stehen bleib stehen wer redest du überhaupt was denn wo denn nein 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 ich war die ganze zeit auf dem dach habe mich gewundert wo die die dauntier kommen army macht random kills oh oh ist der schon wieder vorbei also ich kann hier noch unobjekt werden das kann ich ja schnell ok vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal ciao tschüss tschüss